Das Produkt hat seine Fans, die Location ist fast ideal. Der Leica Flagship Store in der Köh-Galerie in Düsseldorf. Fast museal wirkt die Präsentation. Passend dazu gibt es eine Etage tiefer eine Galerie mit vierteljährlich wechselnder Ausstellung. Über das Interesse an Fotografie und Ästhetik will Leica junge Leute zurückholen vom Handy zur hochwertigen Fotokamera. Der Shop als Erlebnis, als Mittel zum ganz anderen Zweck, als klare Alternative zum Online-Stöbern. Das eine ist der Bedarfskauf, den kann ich online tätigen oder ich kann den bei Aldi machen. Ich fahre mit dem Auto vor, ich packe ein, ich fahre wieder zurück. Und das andere ist, auf der Köh zu flanieren und sich inspirieren zu lassen von den schönen Dingen, von dem Glitzer da draußen. Die Branchenkenner und Veranstalter der Euroshop, der weltweit größten Messe für Handelsinvestitionsgüter, sehen im Erlebnis ebenfalls den Heilsbringer der Innenstädte. Angenehm und reibungslos muss das Shopping sein. Am besten noch verbunden mit Gastronomie und Event. Dinge, die das Internet eben nicht bieten kann. Es gibt schon sehr lange Versuche, kontaktloses Bezahlen mit dem Smartphone in den Markt zu bringen. Aber viele dieser Versuche in der Vergangenheit sind daran gescheitert, dass sie einfach nicht praktisch genug waren und auch nicht schnell genug waren für den Kunden. Sie waren zu umständlich und haben deswegen auch nicht funktioniert, sind nicht akzeptiert worden. Das beginnt sich jetzt wirklich zu drehen, weil eben Systeme auf dem Markt sind, die es für den Kunden extrem einfach machen. Auf der Messe Euroshop selbst wird es unter dieser Überschrift viele Angebote geben. Systeme, die das Bezahlen ermöglichen, fast ohne die Hände vom Einkaufswagen zu nehmen. Intelligente Technologie, die Warenbestände überwacht. Und natürlich Alternativen zum Kassenbon aus Papier. Zum Beispiel für Bäcker derzeit von entscheidender Bedeutung. Kassenbon aus Papier. Kassenbon aus Papier. Kassenbon aus Papier. Kassenbon aus Papier.